Hi, mein Name ist René, ich bin 23 Jahre alt und ich werde Industriemeister Richtung Papierverarbeitung. Industriemeister sind Personen, die Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, alles was mit ein bisschen mehr Verantwortung zu tun hat und mit Personalführung, dafür ist der Meister letztendlich da. Ich gucke schon, dass es meinen Jungs gut geht. Also generell macht der Industriemeister Aufgaben von A bis Z, zum Beispiel die Personalplanung, Urlaubsplanung, die Organisation des gesamten Produktionsprozesses. Es ist also sehr vielseitig. Die Weiterbildung zum Industriemeister dauert drei Jahre in Teilzeit oder zehn Monate in Vollzeit. Die Karrierechancen wachsen mit der Weiterbildung erheblich. Die wichtigsten Fähigkeiten sind Menschenkenntnis und problemlöse Fähigkeit. Mein täglich Brot ist die Auftragsabnahme von Erstaufträgen. Meist läuft es dann so ab, dass das Telefon klingelt. Ich dann zu der Maschine hingehe, mir dann die Auftragsunterlagen angucke, gleiche dann die Werkzeugzeichnung mit der Zeichnung auf dem Laufwerk ab, gucke mir die Verpackung an sich an, schaue, dass der Karton sauber geschnitten ist, dass das Stanzbild gut aussieht. Die Zeichnung wird nachgemessen und dann gebe ich den Auftrag frei. Dann darf der Maschinenführer anfangen und den Auftrag produzieren. Ich würde sagen, so eine Weiterbildung ist genau das Richtige für Personen, die beruflich vorankommen wollen, sich natürlich finanziell, gehaltstechnisch weiterentwickeln möchten und auch mehr Verantwortung übernehmen wollen. Also es kommt auf jeden Fall viel on top. Letztendlich ist es aber alles machbar und es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, aufgepasst. Meister sein ist nicht schwer, Meister werden umso mehr. Ja.